Und wir sind drin! Im Life! Was für ein Ding! Es stimmt uns wieder nicht! Sogar keiner da! Sicher uns! Zwei Leute sind drin! Zwei! 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 Was sind denn die alle? Fünf! Ich bin auch gerade mit meinem Neun! Zehn! Moin! Hi! 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 Hallihallo! Hallihallo! Wer ist denn alles da? Moin! Wer alles da ist? Spender Manu! Hi! PÜSS! Hi! Nies! Silent Pine! Hi! Also! Was wir machen! Alles Neue! Kenn ich nicht! Was machen wir? Wir sind... Spender Manu! Was machen wir hier? Also wir essen... Nürz! Boah ey! Warte mal was wir hier machen im Live! Achso! Ähm... Live sein! Ähm... Uns... Also live gehen! Also live... Wir sind live! Und... Live! Da wollen wir durchlabern! Also ich glaube wir sind live! Aber ich glaube wir sind live! Ich bin mir nicht ganz sicher! Kann Stand? Nein! Nein! Nicht im Live! Jetzt machen wir ein Video noch! Esse! Du isst! Oder wie? Moin! Tobias! Moin! Hi! An Warner Gangster! Hahaha! Uns geht's gut! Wie geht's euch? Was habt ihr so getrieben heute? Außer Arbeiten und Schule! Außer Arbeiten und Schule! Die Grünen sind voll lecker! Die Grünen sind voll lecker! Wer ist lecker? Die Grünen! Uns geht's gut! Dankeschön! Tobias! Ich hab Zitrone! Arbeiten! Dankeschön! Dankeschön! Wo denn? Steht mal schon! Steht mal! Steht mal! Aber hat nichts geschehen! Achso! Du bist gut! Silent Pine Haya! Wenn's gut geht, geht's gut! Dann geht's uns allen gut! Das ist gut! Dann geht's uns allen gut! So! Gut, gut! Also uns geht's gut! Also uns geht's gut! Du hast dir eine PS5 geholt! Wow! Tobias! Jannik! 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 Hallo! So! Uns geht's gut! Wie geht's dir? Ja! Genau! Das ist die hauptsächlich Schriftbarer! Wie geht's mir stets! Jetzt geht's! 21! PS5 ist bestimmt cool! Oh ja! Hast du doch gar nicht! Das ist doch keine! Blenden! Das ist gut Jannik! Also bist du jetzt wieder topfit für uns! Das ist gut! Und jetzt wieder voll aktiv mit dabei! Das ist sehr gut! Ich weiß nicht! Du guckst auch ein bisschen auf! Supidupi! Dann freuen wir uns! Genau! Töffel! Guten Abend! Super, dass ein Modi mit drin ist! Teufel! Hoi! Hi! Der Teufel! Mensch! Wen seh ich denn hier? Die Nali ist mit drin! Die Nancy! Meine Cousine! Oh! Hallo! Hi! Hi Lizi! Hallo! Hallo! Hi! Hi Caro! Mensch! Du hast es mal geschafft! Hallo! 18 ist eine bessere Zeit! WC ist besser, dass... Ich weiß nicht... Streiten sich die... Geister... Guten Abend! 05 93 Nils 4! Hi! Hätte ich doch einfach... Nils? Nein! Die Zahlen haben so Bedeutung! Hallo! Endlich geschafft! Es braucht ja mal Zeit, Mensch da! Wer ist denn da? Hi! Simon! Noin! Hi Max! Maxi! Maxi! 05! Unterstrich 05! Echt ja? Papa hat mal wieder Probleme mit den Armen! Hallo Nicole! Hi Nicole! Hi Nicole! Wir wünschen euch auch ein schönes Wochenende! Wie gedacht! Hoch die Hände! Hoch die Hände! Hoch die Hände! Hoch die Hände! Anwort, das geht leider nicht! Wir sind gestern schon voll abgestürzt mit dem Internet! Genau! Während es läuft! Und Totenkopf! Das geht nicht anders! Sonst können wir eure Kommentare nicht mitlesen! Und können euch nicht antworten! Richtig! Das Handy ist ja da ganz weit vorne! So gute Augen haben wir nicht! Also lesen wir hier mit! Hallo Erbsenknabe! Was sind das für kleine Dosen? Das sind Nerds! Nerds! Das sind die neuen Nerds! Neuen Nerds! Und wo haben wir die her? Vom Seppi! Und diesmal alle Gäste! Ein cooler Laden hier in Freiberg! Hi Schorn! Schorn! 18, 70, 6! Lissi ist auch dran! Nicole! Vielen Dank! Ich stelle mich bei Nicole mal bitte heraussuchen Jungs! Ihr sitzt an der Quelle! Ihr habt die Aufraber! Hallo Nicole! Ihr habt die Aufstellung! Guten Abend Cookie! My Life! Alles gut bei euch? Na klar Nils? Bei dir? 0593 Nils 4! Schauen! 18, 70, 6! Wie geht's heute? Was? Wollen wir das jetzt echt so machen? Nein! Schauen! 18, 70, 6! Cookies My Life! Uns geht's gut! Wie geht's dir? Uns geht's sehr gut! Das Wetter ist toll! Wir waren heute noch mit den Kindern schon Eis essen! Und der Yannick ist mal wieder dabei! Und der Yannick ist mal mit dabei! Welche Farbe hat sie denn? Du gehst ins Fitness! Na dann! Spruch frei! Nils! Nils! Übernimmt dich doch nicht! Nils! Habt ihr ein Internetproblem? Nein wir haben kein Internetproblem! Wie hatten sie gestern? Hi Leon! Caro du kannst die abkürzen die Namen! Janik, wir sind ungefähr so bis halb acht zur Live. Danke. Dankeschön, Ronny. Die Namen passen nicht auf die Schilder. Die Zahlen brauchst du nicht, Caro. Wie gesagt, wer noch kein Schild hat bei uns, der bekommt ein Schild demnächst. Die Caro bastelt die für uns, weil wir ja nur provisorische haben. Patrick, dein Paket ist heute raus zur Post, wurde mir von Seppi gesagt. Ich hab's gesehen, ich hab's gesehen. Anwoa, du passt auch auf dich auf. Viel Spaß. Moin, Luis. Hi, Ronny, die Warnweste. Caro, dachtest du dir? Luis, der heißt auch Luis. Ja, aber mit O oder O. Ja, bei uns scheint die Sonne und es ist schön warm. Danke, Ronny. Ja, die scheint. Es bleibt, so nächste Woche sollen es über 20 Grad werden. Ja, Moin, danke, Luis. Luis, vielen Dank. Ronny, die Warnweste haben wir auch keinen Schild. Nein, aber die Caro schreibt mit. Mit der habe ich heute kurz per Sprachmeld. Der Coole, uns geht's gut. Wie geht's dir? Luis, danke, danke, danke. Danke, danke. Ja, tatsächlich, die Caro, die schreibt schön die Namen mit. Und ich denke mal, so irgendwann nächste Woche oder am Wochenende, je nachdem, wie wir zwei Zeit haben, setzen wir uns beim Kaffee zusammen. Und dann gehen wir die Schilder zusammen durch. Maxi, da musst du nach Freiberg. Hier scheint die Sonne. Und wie ihr alle heißt, will hier Simon, nee, wer war das? Doch, Simon, wie heißt ihr alle? Ich heiße Luis. Hi, Fliegen. Wie heißt ihr alle? Emilio, Luis, Stanley. Chrissi. Und Dani. Andersrum. Welche Schule gehen die drei? Welche Schule, Nils? Ich gehe in klare Zeit gehen. Nein, also die zwei gehen in die Oberschule und Grundschule. Noch. Der Junge soll dir die Hand geben und drücken, ganz fest. Welcher Junge? Welcher Junge und wen die Hand geben? Jeder von dir soll, jeder soll dir auch mal die Hand geben und ganz fest drücken. Caro freut sich auf den Kaffee? Ja. Aber ich werde nicht schreien. Das ist das Problem. Ich weiß schon, wer schreien wird. Das ist schon mal der... Der Erste. Warte mal kurz. Liegst du? Nein, nein, die Hand. Die Hand. Das tut mir weh. So, ich komme aus dem Schwabenländel. Hi, da, Fabian. Hi, Blei, Bliard. Eugen? Hi, da, Fabian. Luis, bester Junge-Name. Aber ich bin jetzt auch mal dran. Luis, bester Junge-Name. Aber mach den nicht in den Zernd jetzt, ne? Du pullerst ja schon ein. Der Kula88. Liebe Grüße an Stanley. Wer ist das? Ich. Ey, du hast ein S. Danke, Ronny. Ein S. Danke. Melody. Na, was gab es heute? Na, Arwen? Melissa? Hi. Wie geht's? Wie steht's? Hallo, hallo, hallo. Der Brille soll deine Hand drücken ganz fest. Das schafft er doch nie im Leben, Leute. Er kann doch mit zwei Händen drücken vor mir, aber gib mir richtig die Hand. Ne, nicht die Finger, die Hand. Jetzt drück. Echt jetzt? Drück doch. Drück doch. Drück den Schwanz an. Ja, klar. Hast du angefangen? Drückst du schon? Warte, warte. Na, nicht kneiden. Nicht kneiden. Kneiden, du die Mädchen. Er wird rot, er wird langsam rot. Aber du drückst fest. Achso, ich drück auch zu fest. Das ist schön, ja, coole. Das freut uns. Du hast Geburtstag, Maurice. Also, eins, zwei, drei und... Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Maurice. Happy Birthday to you. Hey! Melissa schreibt liebe Grüße an Stanley. Hallo, René. Danke schön, René, sein Schild bitte raus. Ja, die Kinder sitzen und die Eltern stehen. Das ist heute modern. Liebe Grüße an Stanley. Haben wir schon ein Sachmesser? Ich sehe nichts mehr. Damit in Weißen soll deine Hand drücken. Stanley, ist das. Stanley soll meine Hand drücken. Ja, das sieht man ja nicht jetzt gerade. Maurice. Aber auch nicht ins Hemd machen. Kannst du auch mit beiden Händen drücken, wenn du willst. Moin, Robert! Robert! Nee, riecht drücken, nicht kneifen. Du alter, knacke, Alter! Wie meintest du heute nicht mit? Der René? Der René? Du alter, knacke, Alter! Du spannst nur an! Machst du schon was? Warte. Ich mach was. Moment, Moment, merkst du was? Ja, Mann. Mann, Leon. Die Fußbälle, die werden ja schon wieder mehr. Muss Bernadie heute wieder rennen? Ja! Ein 5 Kilo einmal mit Mozzarella bin ich. Ich will auch Mozzarella. Es gibt noch! Ich hab drin. Hast du schon angefangen? Na also. Was gibt es zum Essen? Danke. Heute gibt es Salat? Hä? Ja, wir machen heute noch Salat. Hätte ich voll haben von der Ausbildung, sehr gut. Mit links auch. Mit links auch, das wird doch nichts. Ja, nee. Danke, Melissa. Wir sind alle hübsch. Links ist meine Stoffe. Danke schön. Dominikre, Moin. Teufel auf alle Fälle. Okay, mit links auch. Nee, wir lassen das jetzt mit den Händen. Ich glaub, die haben danach Schmerzen und können sich da nicht mehr bewegen. Echt mal? Dann können die nächste Woche vielleicht nicht mehr auf die Schule schreiben. Das ist unikult. Warum hast du Wackel in den Augen? Hey, zurück mal mit links, Papa. Machst du im Hinnerstall? Ich dachte, das ist das. Das ist doch genauso wie hier. Ja, mach mal auf. Hey, Mama. Hey, Papa. Was? Kann ich in ein anderes Zimmer ein? Nein, kann ich nicht. Was soll ich in ein anderes Zimmer? Was soll ich heute noch so machen? Wir haben zwei Hunde. Was machen wir heute noch so? Nein, wir zerreißen jetzt kein Blattpapier. Ja, wir essen heute noch was und dann haben die Kinder noch Playtime. Doch, Fabian, ich geb dir näher meine Adresse durch. Karli, hallo. Nee, wir zerreißen jetzt keine Blätter, Leute. Macht ja keinen Sinn. Nee. Blätter reißen ist doof. Das macht keinen Sinn. So. Wer ist der Älteste von den Jungen? Hier. Er meldet sich. Aber der Größte bin ich. Der Kleinste. Hey, unser Fahrradfahrer mit den Pisten ist da. Ich hoffe, du hast mich schon wieder in den Zorn gestrichen. Lass die Zäune stehen. Zocko, zocken wir mal wieder. Das musst du nie wieder los, Zocko. Der Zocko, der muss zocken gehen. Zocko. Es gibt zwei Roten Boots. Welches Roten Boots? Welches meinst du? Der mit der Brille soll... Nein, wir drücken keine Hände mehr. Jetzt gut. Ähm. Zorn, dann lass aber bitte auch die Zorn stehen. Was bist du? 44 Kilometer mit dem Fahrrad? In Sachsen. Bei uns. Achso. Cool. Aber wo denn da genau? Für jede Liegestütze? Wie kann sie? Das geht, Zaun gestrichen. Stein, da sollst du jetzt Liegestütze machen. Aber da seht ihr das nicht. Eben. Die kann man aber jetzt nicht so verändern. Ja, wir kommen aus Sachsen. Kein Zaun gestrichen. Wie heißen die alle? Also nochmal den Namen, Leute. Louis. Stanley. Miljo. Stanley. Jose. Und der alte Knacker, der Vater Daniel. Ich nehm Sommer. Sommeredition. Sommer. Ich nehm Sommer. Du nimmst gar nicht, Red Bull. Ich nehm Sommer. Ich nehm Monster. Mimi. Mimi. Genau. Du wirst es arm, wenn sie jetzt Liegestütze machen. Sanna. Zählt das auch mit Pausen dazwischen? Maurice sein Schild. Maurice hat ein Schild. Maurice hat ein Schild auf alle Fälle. Danke, Moch. Die Hunde heißen Maggie und Escher. Escher und Maggie. Beide Kastriot. Maurice. Das hat doch keiner gefragt. Ja, wenn es ein Mädchen und ein Junge ist, muss man nochmal das drüber dringen. Teufel, super. Danke schön. Mensch, unser Neugruf war. Cool. Super. Also wir müssen nicht mehr die Namen sagen. Unsere Modis übernehmen das jetzt. Wie alt ihr sind, wenn wir mal Fußballstudiener wissen? Euer Alter? Danke. 11, 12, 12. Welche? Stopp. Wir haben Modis dafür. Zwei Minuten drin und schon sympathisch. Ach. Klasse. Aber wo bleibt für und danke. Mutti, lass doch mal mit Modis auch mal eine Pause. Die werden auch noch alt. Nein, ein Escher ist ein Mel und wird mit A geschrieben. Melody, die Wunschliste ist oben rechts. Louis, danke schön. Danke. Nochmal für alle lauten, deutlich die Wunschliste ist oben rechts zu sehen. Mach die voll, denn da muss Papa laufen, laufen, laufen. Es ist nicht nötig, die voll zu machen. Doch, die muss all werden. Danke Louis. Genau, hat unser Modi gerade verantwortet, Melissa? Hallo Chrissy und Daniel und die Fruchtzwerge. Sehr gut. Sehr geil. Fruchtzwerge. Na, ihr Fruchtzwerge? Die sind keine Fruchtzwerge. Nicht so böse sein zu euren Eltern, ganz genau, sag ich jetzt mal. Ich bin doch gar nicht böse. Das macht aber Spaß. Die sind wahnsinnig lieb, wenn sie schlafen. Wir waren heute auch auf Arbeit und danach. Ja. Haben wir Eis. Eis gegessen mit den Kindern. Und jetzt sind wir da. Meine Schau ist so motiviert. Ich weiß nicht, warum man nicht motiviert ist. Was ist los? Was ist los? Das ist Ecke Gürnitz. Drehst du? Ach cool, das ist gar nicht weit. Dann ist doch nicht. Nö. Das ist cool. Melissa, die Modis werden gleich antworten, hoffe ich. Du bist auch gleich Eis. Das ist gut. Was machen wir morgen? Was machen wir morgen? Bist du Single? Es geht ja viel wieder los. Bist du Single? Bist du Single? Im Video? Da war's nur. Ich bin aber Single. Hä? Ob du eine Freundin hast oder nicht? Hast du eine Freundin? Hat keine. Hat keine? Das ist Single. Mir, was los? Fragen sie. Nee, ist falsch. Das ist gar nichts los. Na Stanley, woher ist die Kette? Das ist die, die ich früher bei meiner deutschen Oma hier. Deutschen Oma? Nein, bei deiner Oma hier auch. Bei meiner Oma hier in Freiberg, die wollte ich früher immer haben, dann hab ich sie heute wieder gesehen. Ja, da hab ich gefragt, ob ich die haben darf und da hab ich die mal gekriegt. Ja, heute hat es eine Kette nun endlich doch geschenkt bekommen von der Oma. Sehr gut. Danke, der Fabian. Dankeschön. Wie gesagt, die Adresse geht noch raus für die Sommeredition. Ich muss mal ein Postfach einrichten. Ups, sorry, und du hier mein bester Brille hoch. Danke, Frank. Danke, Frank. Doch, Stanley ist deutsch? Ja. Stanley, was bist du? Deutsch. Spanisch. Also, Stanley ist ein Deutscher. Ich würde aber gerne zum Paragelon. Zum Spanier notieren? Zum Spanier notieren, ja. Wie viele Dosen? Also, ich erzähl dir mal eine Geschichte. Ja, letztens ist ein Rewe, ich hab eine ganze Palette mit 60 Dosen gekauft. Von der Sommeredition. Warte, wer hat die gekauft? Wir haben die gekauft. Wir haben die gekauft. Und, ähm... Wer hat sich blamiert? Sie hat sich blamiert. Ich hab mich blamiert. Sie hat keine Woche gehalten. Keine Muster. Jetzt kannst du entscheiden, wie viele Dosen wir brauchen die Woche. Aber ich beruhig dich, weil ich trink's nicht. Ich kann auf Spanisch schon die Zahn von ein bisschen haben. Aber 28 Dosen. Ja, ne, ich muss schauen. Das mach ich aber dann. Noch ist nicht. Leute, denkt immer schon in deiner Wunschliste. Dann ist die Wunschliste voll. Danke. Muss? Gar nix muss. Dann muss... Laufen, 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 Laufen. Halb Deutsch, halb Französisch, okay. Lisa, die sind halb Deutsch, halb Spanier. Und er würde es auch gerne. Und das kriegen wir bestimmt auch noch ein. Meine 24 Monate sind erstmal weg. Okay. Wackelpudding. Wo ist Wackelpudding? Wer ist der Lieblingsersteller bei TikTok? Das ist Christian Daniel. Was findest du nicht? Melanie, was findest du nicht? Nein, Dani muss noch nicht laufen. Dani muss gleich laufen. Marokko, danke. Und der Dani muss laufen. Laufen, 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 Laufen. Singen, singen, singen. Wir sind in Deutschland. Alter, dann sing doch einfach. Papa muss laufen. Papa muss laufen. Papa ist alter Knacker. So. Dann war das auch. Die war ja auch vorne mit 20 Dosen Red Bull. Dann frag dich mal, wie unsere Verkäuferin truffer, wo wir mit 60 Dosen kommen. Sie hat uns dann geglaubt. Also wir hätten noch 3, 4 Dosen draufpacken können und trotzdem hätten wir sogar 60 bezahlt. Ich hätte gar nicht gewusst, wie wir auf der Palette drauf rissen. Spaghetti in der Badewanne? Ja, sind ziemlich frech. Ja, ja, muss ich sagen. Spaghetti in der Badewanne. Spanische Freundin. Ja. Dann. Ja. Dann. Aber bitte, als die auch Deutsch kann. Wenn die Deutsch kann, die wird ihn scheuchen. Das kennt er noch gar nicht. Außerdem habe ich schon einen. Aber einen Deutsch. Wer kriegt Playserischenverbot? Servus. Was macht ihr gerade? Na, hier sind wir. Wir stehen hier. Wir sind da für euch. Alle. Fünf. Ja. Senni, die zählt nicht. Hm? Deine Freundin, die schwarz, die zählt nicht. Der Lombri. Der Lombri. Ja, genau. So kommt. Komm. Ja. Was, du feierst deine Party? Was, die Leute haben hinter mir gelacht. Mein Freund meinte, so feierst du eine Party. Ich muss nicht laufen. Genau. Und wir sind mittendrin. Schön ist es. Maurice, ich muss nicht laufen. Maurice hat uns, äh. Warte, war das Maurice jetzt? Nee. Maurice sagt, ich muss laufen. Nee, der Fabian hat hinten. Hatte uns die Leute stehen, die haben gelacht. Wir hatten auch jemanden, der gesagt hat, Mensch, jetzt weiß ich, warum die Blutze leer sind. Ja. Ja. Nee. Nein. So frech sind sie ja auch wieder. Also wir müssen unterscheiden können, was spaßig gemeint ist und was ernst gemeint ist. Und ich denke, das haben wir gut um den Kontroller. Ich denke, bei TikTok, bei den Videos und beim Live ist das Spaß. Das denke ich nicht, das weiß ich. Weil wenn die Kamera aus ist, ist das nicht so krass. Aber Spaß muss sein. Genau. Ohne Spaß geht hier nichts. Ganz genau. Geht hier nichts. Geht hier nichts. Nicht. Du bist eigentlich nur noch reißen. Wie muss es? Dann knallt es in die Kamera aus, ja. Aber wie? Aber kein Weiband. So. Und was habt ihr noch, wenn morgen Samstag und frei ist? Eben. Schwimmbad. Das ist so cool. Arbeiten noch. Oh je. Schwimmbad. Arbeiten. Ich gehe heute noch Party machen. Cool. Ist frisch. Mitte. Du brauchst einen Friseur oder Hagel und ein Lächeln. Das geht dafür. Ja, aber so. Das ist krass. Nach Kuba fliegen. Heute noch. Nein, ich höre mich nicht. Das ist ja cool. Hey, Tobias. Ausschlafen. Heim mit dem Moderator. Holgi. Wo müssen wir? Ich bin schon gerne mit dir. Schönes Wetter genießen. Diesen Leid. Ich mache nichts. Diesen Leid. Oh, das tut uns leid. Was denn? Mein Beileid. Wer denn? Bioser Name. Max. Das tut mir wirklich leid. Oh. Beileid? Tatsächlich. Ich fahre gleich Schwimmen vom Schwimmverein. Auch Gas geben, ne? Schön die Bahn auch halten. Genau. Latina fährt für eine Woche nach Kuba. Der Coole will nach Dresden shoppen gehen. Geschwommen wird nur im Bayerloch. Wir kommen mit und wir shoppen auf deiner Rechnung. Naja, ich mache TikTok, weil mich meine Freundin noch mit angesteckt hat. Und sonst mache ich nur TikTok als Spaß auf diesem Account. Und auf meiner Konten mache ich nur aus Langeweile. Andere kaufen mir Corona. Was? Klopapier? Ich kaufe Hamster. Genau. Das ist gut. Tschüssi Teufel. Sorry. Eieiei. Warte. 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 Ja, wir sind in den Sommerferien in Urlaub. Und zwar geht es definitiv nach Hannover. Und eventuell ist sogar geplant die Ostsee. Eventuell. Wenn es. Warte, warte. 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 Melody, die Wunschliste ist oben. Da steht extra Wunschliste drüber. Wie heißt der Laurentfunktion? Das musst du noch sagen. www.pxss. also ww also was jetzt antwort ihn doch einfach nach ökomünter okay das ist ganz in der nähe von albeck und zirschow und koserow dennis da komm ich ja danke justin dr justin oder 1 viele grüße von mir von den jungs was ich gehe mit einem mann bier trinken und wir können shoppen gehen mit den jungs das problem ist dann das kostet mich wahnsinnig ich hab ja gesagt alles auf seine rechnung ach so ich weiß es gerade nicht wann haben wir alle geburtstag also ich habe im juli wie heißt der bruder von nikki lauder bruder bruder lauder bruder lauder dennis danke dennis haben wir umschuldet wann wir alle geburtstag wer habt ihr doch schon gratuliert wir haben dir so ein lieb gesungen mensch das tut mir echt furchtbar leid ja das ist nicht gut das ist wirklich nicht gut ich hab dir mal eine anfrage geschickt die platz ist auch da tatsächlich nein die wohnen vorgestern am abend gemacht die videos für wissen aber doch am abend damit ja 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 wohnen die platz und schatterinchen ich habe meinen namen geschickt kennst du nicht noch ich kipp dich gleich zu mit klebeband habt ihr schon mein nachtmarkt gesehen du musst in zwei stunden am flughafen ach du meine nase gelaufen aber ich weiß nicht mehr wie der hund hieß der moppi der moppi schatz so wie es ist denn die und dafür mal im milieu damit er lacht hallo niggi hi niggi lachst du mich jetzt auf ich kitzel ich kitzel ich muss mal ganz kurz hier hinten was niggi 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 was zu machen niggi ich kann nicht gehen kommst du noch jetzt ich komm ja schon ich komm ja schon darf ich kurz was trinken nee du doch nicht na klar du so lange jemirio musste irgendwie mal kurz raus er musste auch dann ist auch kurz raus wie heißt das vom bahn die hatte bahn wie hat heute bahn die kiki co hat heute geburtstag Was? Du hast heute auch Geburtstag. Na dann herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ja, ja. So, so. Nee, Dani tut frische Luft schnappen auf dem Balkon. Papa, du machst Kacke auf dem Balkon. Du hast gar nicht Geburtstag, Nicole. Dankeschön. Danke. Frische Luft. Großer Name Max. Ich hab gleich mal den Follower hinterlassen. So. Ihr lest mal weiter. Ich muss mal kurz nebenbei was machen. Die ist gar nicht böse. Das ist nur eine alte Oma. Ich bin doch nicht böse. Das ist nur eine alte Oma bloß. Ey. Na, Alter. Bin ich gar nicht. Danke. Danke, Moderator. Das ist immer böse. Gar nicht wahr. Ja. Nein. Ja. Ich lüge. Ja. Denkt an die Wunschliste. Aber Hexen kann sie schon. Was können wir? Ich kann nicht Hexen. Hex, Hex. Ich mach jetzt Mutti noch. Ja, das kann ich. Hex, Hex. Achso. Können wir. Genau. Im Herzen bleibt man immer jung. Steffi. Hi. Das ist Pony. Ja. Und wenn man will so spielen. Gestern bist du auch rein und dann war das Weh. Das Internet weg. Du hast das Kabel in Ruhe. Ja. Hey. 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 Hau euch da komm nicht rum. Die Kinder brauchen auch frische Luft. Ja. Na ja. Warum denn nicht? Frische Luft tut gut. Wie geht's euch an? Uns geht's gut. Uns geht's wirklich ganz gut. Sehr gut. Danke, Moderator. Danke. Nein, 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 Steffi. So war das nicht gemeint. Ich hab nur gesagt, dass das Kabel irgendwo... Du sollst nicht rausgehen. Du bleibst hier. Bambi, Kiki, Koko. Hi. Hey. Warst du nicht so lange gedrückt? Hi. Freibadvideos? Oh, das wissen wir noch nicht. So heiß, so warm ist das jetzt noch nicht. Mit 21 Grad geh ich nie ins Freibad. Das hat ja ein Frier hier. Das machen wir noch nicht. Ne, ne. Das ist noch zu kalt, oder? Viel zu kalt. Ist zu kalt? Na. Es ist voll warm. Vier. Vier kälte, spür ich nicht. Nein. 27, die soll bei uns 21 oder 22 werden. Das ist noch zu kalt. Freibad ist ab 40 Grad. Aha, ist für mich. Hallo, Sophia. Danke, Steffi, dass du in der Küche bleibst. Hi, Mr. Sunnyboy. Sunnyboy. Hi. Ich gehe bei 16 Grad ins Baggerloch. Das würde ich nicht überleben. Sehr still, der Emil. Sehr still, der Emil, ja. Wie alt sind wir? Ich bin 12. Warum bist du so still? Oh, dann klebe es das Sunnyboy. Einfach so. Einfach so? Ist dir was über die Leber gelaufen? Ne. Soll ich dich kitzeln? Nein. Soll ich dich zukleben? Ja. Hi, Micha. Michi. Michi. Hi. Was wir machen. Wir sind live. Steffi. Was sollen wir sonst machen? Was? Steffi lädt uns ein zu was? Finkel, mein Freund. Hi. Wie kommst du? Ähm. Hier. Ähm. Also viel Kälte spür ich nicht. Steffi. Zu was lädt du uns denn ein? Zum Essen. Sie ist ja leckig. Ach so. Na so was. Die Steffi macht jetzt Abendessen. Also lädt uns ein. Dann müssen wir heute nicht kochen. Sonst geht's gut. Ich muss doch mal den Ball. Äh. Äh. Ja. So. Milo kommt jetzt gar nicht mehr so doof rein. Der guckt sich das Handy an. Der muss das Handy genau unter die Lupe nehmen, Leute. Weil sonst sieht er, er kann nicht lesen, was er schreibt. Deswegen ist er so schlecht drauf. Die moderne Handyhalterung. Jetzt kann er es besser sehen. Du bist das Handyboy. Danke schön. Danke schön. Danke. Ne nochmal nicht. Doch jetzt. Nein. Denkt mal schön an die Wunschliste. Und was passiert bei der Wunschliste? Da muss Papa laufen 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 laufen. Wem geht Danke? Danke lololololol. Was? Ne, hatten wir schon, um Gottes Willen, die rennen wieder mit schwarzen Nägeln rum. Oh, 5, 6, 7, 1, Martin, danke. Jetzt ist es live zu nah. Schwarze Fingernägel, ich bin bereit. Schön mitlesen, eine Million andere Fragen beantworten wir jetzt. Ich kann aber jetzt nicht mitlesen. Ich muss noch nicht laufen, es ist noch nicht voll. Also noch keins der drei Sachen ist voll. Siehst du das? Schwarze Nägel sind cool, ja. Was denn? Du hast noch Pinken am Gebot, Steffi. Aber wie sieht es noch? Ich komm runter. Die meisten sehen die Wunschliste nicht, Melody hat sie auch nicht gesehen. Echt? Aber wir sehen sie. Oben rechts. Neben Kopf-an-Kopf-Rangliste. Genau. Daneben. Und unter der solchen Rangliste. Ja. Danke der Coole. Der Coole, danke. Danke. Wollt ihr jetzt schwarzer hier im live? Na, hatten wir schon mal. Was kriegen wir dafür? Was kriegen wir dafür? Was kriegen wir dafür? Was kriegen wir dafür? Aber Steffi, wie sieht es denn aus? Du wolltest die Huha ist da. Huha! Danke schön. Du wolltest doch Ambrot machen. Wie ist denn das? Was gibt es denn heute Abend? Wann soll man unten sein? Dann ist es fertig. Das ist Lex auch im live. Das ist Lex im live. Da gibt es Spaghetti. 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 Lex, hörst du mich? Spaghetti. 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 Cool, danke. Danke Bambi, Kiko Kiko Kiko. Happy, ich habe ihn einfach mal festgeklebt. Willst du noch arbeiten? Ich bin nicht beschäftigt. Ich bin nicht beschäftigt. Wissen Sie, was das ist? Ich habe immer im Kopf. Wir haben hier eine neue. Joa, ich kriege Lego Star Wars. Jo, guck mal da runter. Jo, keine Welt. Soll ich es machen? Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein. Ach so, so geht es schneller. Verbrücken, anstelle. Ach, schau. Verbrücken, anstelle. Verbrücken, anstelle. Verbrücken, anstelle. Oh. Melody hat mir gerade ein Bett geschickt. So sieht es bei ihr aus. Und sie sieht wirklich die Mundliste. Oh, nein. Wie sieht es bei ihr aus? Sie sieht die Mundliste wirklich nicht. Zeig mal. Wir kriegen wir hier einstellen, vielleicht, dass sie gar nicht da rum ist. Darf ich mal vor? Oder komme ich hier vor? Also bei mir ist sie das wirklich... Bei mir auch. Müsst ihr das mal aktivieren vielleicht? Ich weiß ja nicht, aber die Wunsch... Aber warte mal. Wer sieht denn jetzt alles die Wunschliste? Nee, und wer sieht sie? Also ich will jetzt mal ein Ja und ein Nein hören. Also Ja für sehen. Nein für nicht sehen. Schatztruhe. Danke der Kula für die Schatztruhe. Wir haben fünf Kinder. Und drei davon seht ihr. Ach gut, ich zeig vier. Drei davon seht ihr. Marv sieht sie nicht. Also ein paar sehen sie, ein paar nicht. Weiß nicht. Sunnyboy sieht sie. Latina auch. Ja, nein. Nein. Also sie ist da liegen. Das liegt da... Bist du da? Das muss an den Einstellungen liegen dann. Ja, dann müsst ihr mal bitte in eure Einstellungen gucken. So würde ich sagen. Das machen die Multis. Nils, wie die drei heißen hatten wir schon. Das hatten wir schon. Das macht auch die Multis nochmal. Danke der Coole. Danke. Danke. Ja, das sind unsere Kids nie vor 16. Natürlich. Wir gehen noch nie mit anderen Kindern live. Was soll denn das? Genau. Ja, ihr müsst mal TikTok aktualisieren. Ja. Weil wir in die Ostsee fahren. Tatsächlich wissen wir das noch gar nicht so genau. Eventuell in den Sommerferien. Aber nur eventuell. Ich muss da erstmal... Oh, wer hat denn die Scherztruhe reingekommen? Danke, Mr. Sunnyboy. Dann der Coole war das. Der Coole war das. Der Coole, danke schön. Vielen, vielen Dank. Ähm... Wir versuchen es zumindestens. Aber ich muss mit meinem Cousinchen mal reden. Wie es ausschaut dort oben. Mit Unterkünften und und und. Dann können wir mal wieder ein Jost sie fahren. Zumindest gemeinsam als Familie. Zocco, wir sind schon bei 80 gewesen. Und über 80. Äh... Danke, Morning Girl. Das beantworten unsere Modis. Alle fünf, glaube ich. Alle fünf. Das können wir unsere Modis beantworten. Ich glaube, Steffi muss gerade Spaghetti machen. Das ist ja als einziger Modis, glaube ich, da. Nee, Zocco ist auch noch da. Nee, Zocco ist auch noch da. Teufel ist auch noch da. Nee, Teufel hat sich abgemeldet. Zocco und Steffi sind da. Das sind unsere Modis. Und die können natürlich solche Fragen, die ganz oft kommen. Wie heißen wir? Wie alt sind wir? Wie geht es uns? Oder sowas. Danke, Nils. Einfach mal beantworten, bitte. Damit ihr mal uns ein bisschen abnehmt. Und wir uns vielleicht auf andere... Guck ich's mal live. Also, ich weiß nicht, was Sky Nexa 300 Coins ist. Na, das kostet 300 Münzen. Du hast eins vergessen, Stefani. Stefani, Miguel, hast du noch vergessen? Du hast ja arm Miguel vergessen. Ne, dieser Film habe ich ihn kurz abgerissen. Da hat er ein bisschen Schmerzen gehabt. Hoch die Hände im Wochenende! Merde, du! Ja, Steffi. Ich weiß, dass du das machst. Was? Spaghetti? Machst du wirklich Spaghetti? Cool! Cool! Mal nachher kommen runter. Spaghetti, 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 Spaghetti. Bambi, Kiko, Koko. Hey! Das meint er. Ach so. Meint der Sky Dancer. Ach, das ist das. Ein Sky Dancer. Das ist ein Sky Dancer. Das ist doch bei Fortnite, oder? Nein! Das hat mir Louis gerade gezeigt. Das ist... Das ist ein Geschenk. Ich sehe es nicht. Ach, das ist dieses... Genau. Also musst du Schwarzfinger nennen. Dann kriegst du 300 Coins zum Sky Dancer. Okay. Ich hole den Nagelack. Na, du wusstest nicht, wie er geschrieben wird. M-I-G-U-E-L. Miguel. Für vier, danke, Mr. Sunnyboy, danke. Wir holen jetzt den Nagelack. 300 Coins, hast du gesagt. Sky Dancer. Stehst du in der Schuld. Hey, Maurice. Erst spenden. Erst spenden, dann machen wir Schwarz. Genau. Du machst mit Schwarz, Caro. Also machst deine Fingerhänge auch Schwarz. Sehr gut. Darf ich auch? Ja, alle drei. Was kriegen wir denn für den Keks? Hä? Also ich mach mit, schwarze Fingerhänge. Schwarz-Tink! Erstmal muss der Sky Dancer kommen. Dann lackieren wir Schwarz. Tatsächlich. Die verrückten drei sind ja richtig effektiv. Ja, cool, wir haben noch Pullover, die man bestellen kann. Schreib uns einfach mal per e-mail an. 5 Beauty Place. Wir haben zur Zeit keine Zeit dafür für diesen Account. Bubble Tea oder Boba Brühe? Das ist beides dasselbe. Ne, Bubble Tea. Bubble Tea nennt man das. Nicht Boba Brühe. Wir nennen manche Leute da. Hallo Maurice. So, der Nagellack müsste gleich da sein. Aber keinen schwarzen Fängernägel ohne Sky Dancer. Was ist ein Sky Dancer? Was ist ein Sky Dancer? Der Nagellack ist da. Der Nagellack ist da. Der Nagellack ist da. Dennis, danke. Willst du den Sky Dancer? Ich will schwarze Fingernegel. Schwarze Fingernegel. Hey Dani, darf man wissen? Was? Nee, das sagen wir jetzt nicht. Tatsächlich nicht. Danke für die Schatztruhe. Nur so, danke. Melodie, da stimmt. Und da ist er. Auf geht's, ein Fingernegel. Hallo, danke Python. Python, vielen, vielen Dank. Danke. Schwarzfing. Internet von mir, ja? Ja. Okay, also ich werde jetzt die Nägel lackieren. Hinten oder Polen? Ich trinke schwarz und pink. Hä, beide? Was? Muss der Papa laufen? Guck dir mal bitte nebenbei. Nein, muss ich nicht. Fast. Ein, eins. Nur was. Nee, du musst laufen. Nee, nee, war gar nichts denn. Doch, ich muss laufen. 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 Ich kann nicht laufen. Ach so. Laufen. 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 Mach dich doch, mach ich doch, mach ich doch. Laufen. 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 Zwei mal? Nein, das hätte ich nicht sagen. Ja, zu spät. Egal. So schlimm ist das nicht. Zu spät. Ankannt? Zu spät gesagt. Genau. Zu spät gesagt. Danke Python. Moment, Moment, Moment. Ich stelle ein. Moment, die ist von Trang, ne? Ja. Ja. Was? Wie lange halten die? Lange. Echt? Sie sind jetzt so ruhig, nur weil ich einstelle oder was? Ja. Dann ist es allein jetzt. Ja, also ich muss mich konzentrieren hier, sonst normal ist. Konzentriere. Sie schön. Sie konzentrieren. So, also der erste ist schon gleich bemalt. Was kriegt der zweite? Ähm, pink und schwarz. Nein. Was kriegt der zweite ein Geschenk dafür, wenn du es machst? Ach so. Nur für einen war das jetzt? Ja. Echt jetzt? Python. Danke. Ach nur für einen? Danke. Danke. Das ist der Hammer. 123 Leute. Silvieve. Schatz. Wow. Cool. Mega. 125. Renu, danke. Also Leute. Laufen. 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 Run, mein Schatz. Run. Danke Python. Danke Python. Danke Python, danke schön. Macht mich fertig jetzt. Danke Python. Ihr riecht es nach Nagellack, Leute. Also Cookie... Ey, das Pink ist richtig. Nadeg, ey. Cookie Smile Life sagt, das Geschenk war für alle drei. Oh. Aber es war Melody, die das geschenkt hat. Ja, Melody hat das ja geschenkt. Ach so. Also, du darf Melody entscheiden. Cookie Smile Life hat es gar nicht gemacht. Nein. Dann gönnt es das ja gar nicht. Python, danke. Python. Aber wisst ihr was, Leute? Ihr seid die Besten. Wir sind heute 128 Leute. 131. 131. Ein neuer Rekord. Das ist ein neuer Rekord. Also hol ich jetzt die Konfetti-Kanonen. Was? Ja. Ich hol jetzt Konfetti-Kanonen. Echt jetzt? Ja. Oh, echt. Wer macht sauber? Ich nicht. Mama. Die Jungs machen sauber. Mama. Nee, Mama macht sauber. Die Konfetti-Kanonen schießt. Die Jungs machen sauber. Die Jungs. Nein, der, der die Kanonen schießt. Frau Fuchs. 132 Leute. Danke, Redo. Die Jungs machen sauber. Redo, danke. Latina, danke. Ja, das war das. 139 Leute. Was ist denn hier los, Leute? Leute, 30 Leute. Wahnsinn. Sophia, danke. Redo, danke. Frau Fuchs, danke. Die Kinder haben wieder eine. Gut. Mit den Schlägen. Oh. Hinten. Hier. Geht das? Danke. Und bei 3, 2, 1. Oh Gott. Das war eine falsche Seite. Ich habe keine Kraft. Der Nächste. Oh, ich kriege das nicht. Stanley hat keine Kraft. Andersrum kriege ich andersrum. So, andersrum. Na? Nein, das ist falsch rum. Nein, das ist richtig. Nein, die Fall. Achso, doch die Falle. Sag mal, Luis, ich red doch schon. Achso. Oh ja. Nein. Nein. So. Nicht auf dich selber schießen. Du müsstlöchern. Ich bin taub. Vielen Dank für so viele Zuhörer. Du bist auf 48. Ihr seid der Haub. Mega. Das wäre ein Futsch. Danke schön. Anne, wir brauchen jemanden zum Saubermachen. Zum Nächsten. Das ist der Motto. Ich gehöre so viele Leute tatsächlich. Geht ihr gerne zur Schule, Leute. Danke, Dennis. Nicht so. Manchmal. Tobi, danke. Ich gehöre manchmal gern zur Schule. Senni, du musst auf den Kopf ziehen. Nein, muss er nicht. Autsch. Hier, ich hab pink und schwarz. Ich mach jetzt den Nächsten. Emi, ich? Was weiß ich? Magrak. Ja. Das war für einen, du. Nein, Melody hat gesagt, sie hat für alle gespendet. Das ist auch völlig warm. Also Melody ist wirklich inne, ne? Da muss ich sagen, okay, wenn sie sagt, sie hat für alle gespendet, ist das mega. Guck. Hi. Alles gut. Wie alt sind die Kinder? Das können unsere Modis beantworten. Mhm. Und die muss du was tun. 199. 200 Leute. 200. 200 Leute. Wooo. Oh, jetzt zwei weniger. Danke, Maurice. Wir wackeln, wir wackeln. So, Junge. Dann ist gut mit wackeln. Gibt es ein Namensschild für der Kuhle eingeschoben? Nein. Nein, ist noch eine Arbeit der Kuhle. Kriegst du aber. Ja, es ist wirklich, also, nee, ich hab jemanden, die Caro, die bastelt für mich die Schilder. Und, äh, also für uns. Und nächste Woche, oder, ja, nächste Woche greife ich mich mit jetzt zum Kaffee. Steffi ist auch überfordert. Wie alt die Kinder sind? Glaube 11 und 12. Nicole, wir hatten schon gerade, Nicole, wir hatten gerade eben schon die 200. Wir hatten die 200. Mega. Ja, ihr seid echt klasse. So, Fingernägel fertig oder nicht fertig jetzt hier? Meine nur nicht. Jetzt wird es nämlich sehr still gerade. Ja. Ich weiß nicht, warum. Jetzt gebe ich mir ganz ruhig. Jetzt werden wir mal wieder auf. Ich glaube, alle 13, 7 Jahren habe ich gewohnt, Peter. Ja, vom Verhalten könnte es sein. So, der zweite hat schwarze Fingernägel. Ich sag mal 11, 11, 12. Jetzt muss ich kurz zur Seite gehen. Jetzt müssen wir tauschen. Daum ist es auf. Wisst ihr eigentlich, dass das ein übelster Sport ist? Anne, danke. Denn immer, wenn die Kinder dabei sind, muss einer im Bild bleiben von unseren Erwachsenen. Ansonsten haben wir rausgeschmissen. Danke, liebe Grüße. Krass, oder? Von daher, so. Bei der nächsten großen Spende Lippenstift für alle drei. Ja, 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 nein. Abwechselnd? Ja. Du kochst, Fische, Fingernägel und euer Leib. Und unser Modi, Supermaster, Steffi. Wir machen beim Falke. Multi-Tasting. Das ist gut. Nee, sag ich mich voll. Er macht den Neupink. Machst du Neupink? Nein. Tim Metzler, danke. Entweder beim Falke oder bei Ente. Bei Nacknack. Nee, du sagst gerade nicht. Ich weiß. Bei Nacknack. Er macht bei Nacknack. So, jetzt kann ich wieder. Was ist das? Guten Abend, Sarah. Hallo und herzlich willkommen bei uns. Hi. Auch wenn ihr mich gerade nicht seht, ich muss das Versprechen einlösen und den Kindern... Oh, okay, den Lippenstift. Okay, Lippenstift. Und Melody hat vier Partners für Mili geschickt? Ja. Krasse Sache. Sky Dancer. Könnt ihr? Warte. Da heben sie was auch noch alle drin. Dann her mit den Sky Dancer. Los. Dann mach mal. Cookie. Ich glaube, das reicht, glaube ich. Nee. Martin, vielen Dank. Wir sind wieder 121. 100 Aktion. Wenn die alle geschminkt werden und mit Verrücker. Genau, doch. Aber richtig schminken. Dann mach es. Und bei jedem Panatholisch. Okay. Du kannst auch reden. Ich wollte nur kurz sagen, ich wollte nur auf das Angebot angehen. So. Und der dritte hat... Oh mein Gott. Da ist er. Los. Jetzt richtig schminken. Für jeden Fall richtig schminken. Oh Gott, da muss ich mal Schwierigkeit holen. Entschuldigung, Schatz. 1000 Coins. Danke, Fein. Oh, danke, Leute. Ich mach auch DJ privaten, bin auch privaten Feiern. Das ist cool. Python, vielen Dank. Ich würd gerne, aber... Was würdest du gern? Oh, sorry. Ich bin schlimm. Ja, jetzt geht's mir nicht schneller grad nicht. Aber du bist irgendwie weiter weggerückt. Kann das sein? Ich muss noch ein bisschen. Ich muss noch ein bisschen trockenen. Sorry. Ich hab nur kurz getestet. Du? Hä? Bist du weiter zurückgerückt? Ja, ne? Ich frag dich mal. Ja, bin nicht. Mal abzogen. Palaz, danke. Ich hab testet. Ja. Das kann ich nicht machen. Testen kann ich auch so. Soll ich vorbeikommen? Die drei schminken, Sarah, Alter. Von mir aus. Christi holt schon die Schminke. Alles klar, Herr Kuhl. Wissen wir Bescheid? Was? Rihanna Elisabeth91. Hi. Das ist cool. Cooler. Da kommen wir auf jeden Fall nochmal drauf zurück. Ich muss mal deine Nägel senken. Danke für den Ton und Melodien. Oh, ey. Laufen. 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 Also stimmt. Zeig mal deinen hübschen Nägel im Milieu, sagt die Latina. Ich hab's das schon fünfmal gezeigt. Mein Nagellack. Mein Nagellack. Der kostet. Den kriegt das so schnell nicht. Bei was? Bei was schminken wir einen Papa? Bei was? Wie geht's uns dreien? Gamer Familie, uns geht's gut. Wie geht's dir? Du hast ein Geschenk für einen Muttertag, das ist gut. Was? Mist, die haben noch nichts. Fünf Pullover von dir, okay? Was denn? Muttertagsgeschenk. Ich hab was für... Ihr sollt mal kurz zur Camp gehen und eure Fingernägel zeigen. Das kann man von da hinten nämlich kaum erkennen. Python, danke für die Pandas. Ich schick den Filz. Bist du denn da? Ich muss längst laufen. Du musst schon wieder laufen. Entschuldigung, ich muss dir auch mal Spickzeug suchen. Okay, ich lauf jetzt. Danke. Danke. So, Senne, ich muss laufen. Was soll ich gesehen? Pandas! Danke, Python! So. Dann mach ich, bis der da nicht her ist. Und bei wem fange ich ihn jetzt an zu schminken. Mach wieder bei Senne. Ja, wie du die Reihe rummattst, Jenny? Ach, Mann. So. Okay, dann bei mir. Danke für die Pandas. Nein, dann mach bei mir jetzt. Ja, mach ich bei mir jetzt. Nee, ich mach jetzt verkehrt. Mach bei mir jetzt. Schicki! Hübsch, Jenny! So, na dann, auf geht's. Hi, Justin. Leg dich mal hin, du kannst jetzt nicht mitlesen. Der Linke wird zuerst geschminkt. Wer ist der Linke? Also der Linke zuerst, also du wolltest doch zum Lue rüber. Bilder für Insta und für TikTok machen wir liegen. Ja, 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 genau. Ich kenne jetzt eigentlich drauf an. Cool, Bruce, danke. Ich bin aus oder von uns aus? Ja, von uns aus. Also, Millie, du musst dich jetzt mal um die Schilder kümmern. Wir werden darüber noch ein Video machen. Und das heute noch ganz schön. Ey, ich hab wieder 197 Zuschauer. Was geht denn ab heute? 205. An ist dafür, dass ich geschminkt habe. Ich hab schon gesagt, das ist aber dann richtig teuer. Das ist teuer. Das ist wahnsinnig. Also, wenn ihr wollt, dass ich einen Dani schminke, dann ist das wirklich teuer. Weil das hat er noch nie zugelassen. Noch nie. Wir machen beim Falke. Gerne. Papa, ist okay, beim Falke, guck mal, wie viel der kostet. Ich weiß nicht, was ein Falke ist. Nee, das ist zu viel. Das ist Quatsch. TikTokern und Geld. 228 Leute sind wir, Jens? Papa, bei einem Tor. Da kommen die Leute ins Content. Genau. Wir machen ja auf jeden Fall nochmal ein Video von den Geschminkten. Du setzt doch noch eine Perücke drauf. Lavinia ist auch drauf. Ja, Lavinia nicht denkt, was hier jetzt abgeht. Ja, wir haben nochmal neue Zuschauer. Mein Gott, das sind halt 239. Was macht ihr? Also, wir haben für eine Spende, schminken wir jetzt. Ihr Kinder. Aber ich werde auch noch geschminkt. Ja, wir werden jetzt geschminkt. Ich hab schon geschminkt. Nein, das wird nichts. Christi? Hallo. Was? Ja, er würde sich trauen, so in die Schule zu gehen. Ja, würde ich. Aber nicht geschminkt. Er wäre mir jetzt trauen. Ich würde mich trauen. Sehr gerne, Kula. Was macht ihr da? Also, die Jungs haben eine Wette verloren. Und jetzt müssen sie sich schminken lassen. Die Fingernägel sind schon lackiert. Ja, wir haben so ein Fingernägel und wir werden auch noch geschminkt. Ja, Lavinia. Danke, ihr. Was? Ihr Mann, Lavinia? Ne, nicht geschminkt. Doch, geschminkt. Na klar. 221 Leute, mega. Ja, das stimmt doch um. 3 Mädels von der Tankstelle. Das ist... Da machen wir ein Video. Da machen wir dann auch Videos. 3 Mädels von der Tankstelle. Ich sage mal so. Wenn noch mehr Spenden für die Jungs reinkommen, kann ich doch... Oh, hab schon wieder ins Kalt. ...die Haare blau von den Jungs oder Silber machen. Silber! Ich habe keine Schilder mehr, aber Melody, danke. Ich habe keine Schilder mehr. Warum nicht? Ich weiß nicht, wo die sind. Achso, du hast die Hand. Ja, ich mache das. Melody, vielen, vielen Dank. Also, es gibt blau und Silber auch für die Haare. Ich nehme Silber. Wenn gespendet sind. Wie heißen die Jungs? Das, äh, äh... Start in the Moody's. Anne. Nein. Genau. Luis und, äh, hier... Mia machen blau und ich kriege Silber. Spender Manu, danke. Ich werde auch blau. Ich bin blau. Sie müssen jetzt wieder schminkeln. Ich bin Silber. Sie werden jetzt geschminkt. Nein. Und danach, nach dem Live, werden wir ein Video mit denen reinmachen für TikTok. So, mal gucken, für was Papa geschminkt wird. Nein, ich werde nicht geschminkt. Doch, bei... Gelb bis Hohle. Ich werde nicht geschminkt. Doch. Machen wir, Mama, machen wir bei Gelb bis Hohle für 500 Koin. Das muss der Papa selber entscheiden. 1,54, 1,52 und was war gestern bei dir? 1,61. 1,61. 1,61 oder 1,61. Das wird geil, ja. Grüße aus Koblenz. Grüße zurück aus Freiberg nach Koblenz. 1,61. Die schminkt ist... Muss gar nicht wieder ab. Die gehen dann morgen so raus. Nö. Klar. Nö. Hey, morgen ist Samstag. Das... Wir Alte sind, äh... Entscheiden die Modi. Also sagen die Modi. Ich glaube, die Modi sind gar nicht gerade so richtig drin. 11,11 und 12. Ich hasse das. So, der Louis schuf fast. Ich hasse es, geschminkt zu werden. Wollwoll. Ich lasse es nicht tun, ne? Danke, die coole Socke. Wie heißen die drei? Könnt ihr mal eure Namen sagen? Ich heiße Stanley. Ich heiße Emilio. Und Louis? Der wird gerade geschminkt, der kann nicht. Danke, Latina, Melissa. Danke. Oh, Trinko ist eigentlich mal ein Trinken. Nein. Ich hab voll Durst. Da vorne. Komm hier nicht ran. So, der Vater. So, der Sohn. Okay. Ich kann es mal ruhig richtig gehen. Ja, aber ich will jetzt nicht so machen. Gehen. Hi, Seppi. Guten Abend, Seppi. Hallo, Seppi. Komm, wir müssen gleich laufen, ne? Was macht das denn? Du bist Bruno, der Kameramann, Sa? Das ist gut. Hast du den ersten Namen nicht verstanden? Stanley, Emilio, Louis. Das geht mal nach oben gebogen. Das geht aber nicht. Guck. Guck mal. Das geht so nicht. Was? Hast du noch Häuser ruhig? Unser Count heißt Chrissy und Daniel. Ja, genau. Ach, Lego Star Wars. Spielen mit mir? Alles gut. Ja. Guck mal. Ja. Alles klar, Justin. Also, unser Erster ist fertig. Würdest du auch Lego Star Wars spielen? Louis? Einmal vor der Kamera treten und schreien. Ich bin jetzt froh. Was ist der Nächste? Louis wird geschminkt, weil wir... Aber ich kann nicht wenigstens in der Nächste sein. Boah, das schwebt sie nicht. Weil die Jungs eine Wette verloren haben und eine Spende reinkam, die das dann verursacht hat. Hallo. Oh, die Kacke. Oh mein Gott. Und hier mal nicht. Stanley geht in die 5. Klasse. Ich versuche mal zwischenzukommen. So, Louis, kommst du mal... äh, Milie, kommst du mal hierher? Ja, da kann ich besser schminken. Von hinten geht's nicht. Dann gehst du dabei in die Mitte. Ihr könnt doch... Das ist anstrengend. Ich muss das reinigen oder lesen, ne? Ne. Was macht ihr bei... Das geht schon durch. Bei, bei, bei... Und Justin... Wie fahren wir hier ab? Jetzt muss ich mir die Mühe machen, ja. Ne, war das zu ruhig dann, Leute. Also, Leute. Ich dürfe alle nicht so leise sein. Das sind drei Kinder von fünf. Tatsächlich. Ist endlich in der fünften Klasse. Kirsti kann das gut, ja? Ich bin zwölf, er ist elf, er ist elf, sie ist 33 und er ist 45. Hi, Thomas. Ne, ne, ne. Das kannst du vergessen. Guten Tag, Kirsti. Nein, 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 nein. So, und zunächst ist dran. Stanley ist in der fünften. Wie alt sind sie? Das hatten wir schon. Elf, elf und zwölf. Kirsti kann das gut, ja? Dankeschön. Noch ein Skydance für was? Für ein Kleid. Oh, hä? Kennst du von London? Anna guckt aus London zu. Boah. Schöne Grüße nach London, UK. Ganz genau. Danke, Latina. Latina unterstützt uns jetzt gerade. Wir sind aber noch 82. So alt schon, Dani, ja? So alt. Tatsächlich. Das sagen viele zu mir. Habt ihr drei Kinder? Nein, wir haben fünf Jungs. Drei Leben, aber hier bei uns. Genau. Uns geht's gut, Prenzel. So. So. Ich bin schon fast heiser, Leute. Wunder, Simon. Einfach zu. Wir gehen wieder runter. Jetzt gehen wir wieder runter. Ist nicht doof, hier zu sitzen. Nein, finden wir nicht. Nö. Ist cool, mit euch zu reden, und zu schnacken, und zu machen. Kann ich aufmachen? Bei der was? Vielleicht. Ich bin auf die Suche. Ich muss doch jetzt nicht. Das ist doch nicht schwer. So. So, Leute. Schaffst du es denn kurz beim Schminken im Bild zu sein? Äh, wesentlich nicht. Ich sehe es nicht, Schatz. Nee, du bist nicht im Bild. Sag ich doch. Nee, das ist nicht cool. Ich kann noch mal ein bisschen drehen. Nee, das wird jetzt nicht, Schatz. Kannst du mir abwarten, bis ich fertig bin, bitte? Ich kann nicht mehr reden. Nein, das ist schon voll. Welche Wetter haben die vorher? Also, es ging um einen Skydancer, den... Wer hat die geschickt? Äh, Melody? Nein. Nee. Cookie. Cookie hat ihn geschickt. Und dafür mussten sie sich schminken lassen. Genau. Ist das eine Torte? Nein, das ist keine Torte. Das ist unser Styropor, wo wir die Schilder dran machen. Wieso denn 187? Stimmt doch gar nicht mehr. Wir sind doch gar nicht mehr 187. Achso. Also für die Kaffeemaschine würde ich ein Kleid und eine Perücke noch anziehen. Nein. Da haben wir wieder vorgestaltet. Genau, Python. Und die Nägel. Genau. Und die Nägel mussten wir machen, weil Melody auch einen Skydancer geschickt hat. Tatsächlich. So, gleich ist Nummer zwei fertig. Die Nägel sind schon... Nee, auf und nach oben gucken. Jetzt wird es ja ruhig hier. Ja, das ist immer... Mit der Wimbom-Tusche ist das immer so eine Sache. Da braucht man Konzentration. Was kostet die Kaffeemaschine? Warte, die kostet 999. Das ist Wahnsinn. Sag mal, das ist aber ein bisschen zu frech, mein Schatz. Okay, warte, dann... Die werden schicke Mädels, ja? Tatsächlich. Das finde ich tatsächlich nicht okay. Wenn das Geld hat, ist okay. Ich habe mich so sehr gezwingt. Stan, wie schickst du deine Frage? Wo muss ich dir die vorlesen? Ihr könnt das ja mitlesen, ne? Ich hasse es eigentlich, auch Fotos drauf zu sein. Und ja, Videos halt. So, und der Mini ist fertig. Der nächste. Der fertige Mini. Okay. Leute. Da ist okay. Machen wir. Dann nehmen... Latina, okay? Bis gleich. So, und ich wechsle die Seite mit Dani. Dum 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 dum. Och nein. Und jetzt... Der letzte. Dann nehmen wir die Boxhandschuhe. Die kosten 299 Euro. Aber wofür denn eigentlich? Für was denn? Für Kleid und Verbrechen. Nein. Nee. Ich nehme kein Kleid. Ja. Kopf hoch. Du kannst jetzt nicht mitlesen. Was können wir die anderen haben? Nicht? Tatsächlich? Einmal ein bisschen guter. Warst du vorne, Mini? Hast du es gezeigt? Das stimmt. Ja? Jetzt wollen wir seine Fingernägel zeigen. Der ganz rechts sitzt. Ich weiß es mal nicht. Rechts? Emilio. Deine Fingernägel wollen die Leute... Emilio oder Stanley? Also Emilio sitzt rechts. Ich bin rechts. Nee, das ist eigentlich links. Ach so. Auf dem Bild ist er rechts. Ach so. Auf dem Bild. Sandy? Ich habe nicht geschnitten. Das ist das letzte Mal. 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 Nee, das ist das letzte Mal. Das ist das letzte Mal. So, das nehmen wir ihn bei dir. Komm, Emilio. Emilio ist verschmiert. Emilio ist verschmiert. Ja, der hat für uns gezwingert. Und der hat mich zu dir gezwingert. Augen zu. Komm, mein pinkes Büch. Oh Gott. Oh Gott. Guck mal, die ganze Kapuze ist hier schon gut. Boah, ich pink mal. Oder Lila. Äh, jetzt soll das nicht heißen, was ich... Du möchtest ja auch. Na klar, mit Link. Super, Steffi. Steffi ist jetzt wieder voll da. Ich hoffe, die Spaghetti sind fertig jetzt für uns. Nee. Das geht nicht. Genau, Cookies. Das musst du nicht machen. Steffi, hast du für uns eventuell mitgemacht? Omrod? Quatsch. Wir haben auch Hunger. Oh, ey. Nein, ich nicht. Das war ein Scherz. Mensch. Also Cookie fragt. Boxhandschuhe für Kleid und Perücke? Ja. Wollte ich gerade sagen. Silly. Augen zu. Die coole Socke. Das ist gut. Das ist ein geiler Name. Nein, Leila nicht. Ist auch in Ordnung. Steffi ist auch richtig so. Ist nicht schlimm. Das war jetzt Spaßmaus. Ein Wandelbier. Geschminkter. Bitte was? Dani will was Gutes und nicht das Zeug von Steffi essen. Soll ich mir meine Gangsterente holen? Nein. Was ist bei Dani? Meine Gangsterente seht ihr auf dem Video. Anni, was meinst du bei mir? Ja, es ist vollkommen richtig, Steffi. Alles gut. Echt jetzt? Voll gut. Ha, verdammt die Pläne sagt dann. Dani will was Gutes und nicht das Zeug von Steffi essen. Das ist aber so ein gemein. Optopus! Lecker, Optopus. Dani, die Biene war cool. Welche Biene? Welche Biene? Nein, mein Nack-Nack. Mein Endes. Boxhandschuhe sind da. Kleid und Perücke brauchen auch. Boxhandschuhe sind da. Ich bin ja heute nur noch nie. Ich bin ja heute noch nie. Anne, Perücke und Kleid? Nein, ich nicht. Ähm, die Boxhandschuhe sind da. Das heißt, die Jungs müssen dann noch ein Kleid anziehen und eine Barücke aufsetzen. Oh, nee. Was ist hier heute? Für Leon fragt das hier heute. Twenty for Tim, Motto-Party. Twenty for Tim ist ein Junge, der sich schminkt, Kleid anzieht. Achso, nee, wir haben Wetten verloren tatsächlich. Der ist wohl... Nein, das stimmt, koste nicht, Steffi. Wir verbinden das durch andere Accounts quasi. Der Arme, welche Arme? Wer zieht denn jetzt ein Kleid, Jan? Na, alle. Ein Perücke. Nein, ich. Alle. Die werden doch was für alles. Das Kleid bringt eigentlich nichts mehr. Nein. Das bringt eigentlich nicht viel. Die Kleider sind von Chrissy. Also dann nur ich. Latina findet das toll? Ja, aber das ist jetzt eine Spende, wir haben jetzt gemacht. Ihr habt die Wette gemacht. Ja. Alle, sagt Tuki, alle. dafür hat Handschuhe gespendet. Also dafür hat er echt viel gespendet. Und dann muss das auch sein. Und dann muss das auch sein. Also da kommt ihr nicht drum rum, Jungs. Ja, hab ich ja gesagt. Ja. Nur, das geht ja fast nicht, wenn man nur fast oben liegt. Ist doch egal. Wir müssen nur ein Zündchen stellen. Komm mal her. Ja. Finde mal. Stell dich, du schaffst das. Eben. Stell dich so an. Genau. Stell dich nicht so an, mein Mädchen. Ehm. Der Linke muss das schönste Kleid anziehen. Das ist wo Stanley. Nein. Also ich hol gleich mal die Kleider, die ich hab. Oh ne. Oh die Arme. Und dann dürfen die Zuschauer entscheiden, wer welches anzieht. Ganz einfach. Lüft, die haben Wetten verloren und müssen sie jetzt als Mädchen verkleiden. Dann hab ich das rote Marienkli verhauen. Das darfst du nicht entscheiden. Das ist ein Kleid. Das ist ein Kleid. Das ist ein Kleid. Das ist ein Kleid. Und dann fuhren die los. Vorne noch was Schönes. Was? Hä? Ja. Milly, vorr noch ein Ton. Stanley so hübsch. Das dumme ist, ne Glasskamerate ist auch noch drin. Oh oh. Jetzt seht ihr's, der im Kleid gleich mit Beyerinkel geschminkt. Und jetzt hat er's T-Shirt geschminkt. Kennt ihr Cookie? Cookie kennen wir nicht. Du sollst mal vorgehen. Kennt ihr ein Cookie? Das ist ein Cookie. Keks. Keks. Das ist ein Keks, Papa. Weiß ich nicht. Das ist doch ein Cookie. Ja, aber ich weiß nicht, ob es der Name hier von Cookies my life ist. Ich weiß nicht, was Anna genau meint. Oh nein, Zweiklassenkamerad sind. Da wird jemand rot. So. Hallihallo. Da haben wir einen. Also, wir haben Kleid Nummer 1. Oh nein. Zweiklasse. Er ist zwei aus seiner Klasse dabei. Er schämt sich gerade ein bisschen. Cool. Cookies my life kennen wir nicht. Nein, das ist cool. Kleid Nummer 2. Oh nein. Das möchte ich anziehen. Die Zuschauer entscheiden. Oh nein. Und Kleid Nummer 3. Ihr dürft entscheiden. Och nee. Mädels. Drei. Und wer soll die drei anziehen? Wer soll die Punkte anziehen? Stanley, Luis oder Emilio? Kleid Nummer 2. Da nichts. Kleid Nummer 2. Stanley. Warte mal, warte mal, warte mal. Was ist Kleid Nummer 2? Was ist Kleid Nummer 2? Kleid Nummer 2. Das soll Stanley anziehen. Oh, das ist gut. Stanley. Oh. Der mit dem blauen Pulli. Was? Welches? Soll das das anziehen? Ja, Hanna. Ja, es ist gut. Es ist gut. Es ist gut. Bitte, bitte. Sei ruhig, bitte. Was? Die drei sollst du anziehen? Und die eins in Emilio. Okay, also, die Nummer 1 geht an Emilio. Die eins an Emilio. Bitte schön. Was war noch? Die zwei? Stanley. Die soll Stanley und die drei nehme ich. Äh, äh. Ich soll das hier. Ja, das ist die zwei. Das ist die zwei. Ich will gar keins. So, Stanley. Wie zieht man das an? Warte, ich helfe. Ich kann nicht aus dem Bild. Komm hier. Das sind... Das ist einfach nur schlimm. Wenn auch noch zwei Klassenkameraden mit drin sind. Omakleiter! Nein! Das sind keine Omakleiter. Das sind quasi Kleider. Hey! Aber ich hab das nur kurz an. Nicht nur die ganze Zeit, ja? Ich hab das nur kurz an. Was machst du denn so? Und wo ist die Marücke? Gar keine. Nein! Nein! Also, das ist zu klein, glaube ich. Das sieht so komisch aus, leider. Nein. Wie könnte das nur... Wie könnte das nur... Wie kennt das da nur... ...heißt du... ...nein? ...leon und Rose auch drin? Hey, da seid ihr ja! Die Hübschis! Gut sieht ja aus! Danke! Leo, wir sind... Es ist... Prost! Lavinia, Hannah, Leon, Bierkla... Ah nein, Mann, Le... Mama! Hallo ihr Lieben! Von Staniel's Klappe! Nennst ihm die Übel! Ich bin es... Klasse! Ich hab's noch mal hier! Mega! Gut sieht ja aus! Was soll es? Ah, da ist es wohl der Putti! So! Oma Kleider schreibt... Guck mal an der Lampe, was da hinkt! Wie nah... Mama! Stell dich mal... Komm mal her, stell dich mal auf den Stuhl! Komm! Stell dich mal auf den Stuhl! Los, hoch! Ich muss das Kleid richten! Komm hoch! Komm hoch! Hoch mit dir! Hoch mit dir! Hoch mit dir! Nicht laufen, laufen, laufen! Hoch, 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 hoch! Stell dich mal auf den Stuhl! Hoch, 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 hoch! Komm mal her, komm! Komm! Es fehlt noch etwas! Ich muss noch mal auf jeden Klassen gehen! Es fehlt noch auf alle! Hoch, hoch, hoch! So! Schicki! Hey! Schicki, Micky! Ich zieh das gleich! Wenn ich hol die aus den Sofus haben! Warte, warte, warte! Warte! Irgendwie hängt es... Ich muss noch ein paar Schläge bekommen! Warte mal! Ich hasse auch! Ich hasse euch! Warte mal! Ich hasse euch! Erstmal dich anziehen! Schicki! Wuuuuh! 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 Und was sagt ihr? Wuuuuh! Wuuuuh! Jetzt kannst du den... Wie heißt der? Nein! Die Fortnite-Tanz! Komm! Spacketti! Fortnite-Tanz! Warte! Komm runter! So! Komm mal runter! Nicht wieder ausziehen! Nee! Komm mal runter! Ich will das nicht anziehen! Komm mal mit dem Stuhl runter, Bevor du runter willst! Oh! Emilio! Ach nee! Luis! Latina leitet dir Stenny die Abschluss gleich! Komm mal! Oh no! Wir haben unseren Lu! Und du! Aka Luisa! Tschuck da! Tschuck da! Tschuck da! Ja toll! Stenny spielt von der! Und? Stenny spielt von der! Was haben wir mit dir gesagt? So! Und unser Emilio! Auffall nicht! Auf den! Auf den! Auf den! Auf den! Auf den! Auf den! Wie soll ich jetzt sehen? Komm! Mein Hosen ist immer noch so eng! Nein! Das ist immer noch so eng! Das ist immer noch so eng! Schicki! Er hat sich sogar Brüste gemacht! Er hat sich rutscht um sie! Und einmal wieder runter! So! Ich hoffe! Alle von den Jungs in der Klasse machen Screenshots! Nein! Ja Leute! Ich sag's euch gleich! Auch wenn ihr mal aus der Klasse mit dabei seid! Krieg ich es zu erfahren, dass ihr das, was hier im Live ist, zeigt! In der Schule wäre Spölder! Das kannst du vergessen! Nein! Aber rumgezeigt! Wir sind trotzdem offen für alle! So! Das Live ist offen für alle! So! So bleibe ich jetzt den ganzen Leuten! Das war der Deal! Das war der Deal! Das war der Deal! Eigenes Jahr! Ein Deal ist ein Deal! So! So! Ich muss auch den ganzen Leuten jetzt noch geschminkt bleiben! Jetzt nehme ich mir eine Pause nach den Anstrengungen! Das kannst du vergessen! Ich geh jetzt auch kurz raus! So jetzt! Es ist ja nicht so gut, dass ich irgendwas lasse! Ha! 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 Sehr witzig! Äh! Nein! Stanley, du unterstützt jetzt meinen Papa und ihr bleibt mal hier jetzt! Das ist eine schöne Perücke! Könnt ihr das machen? Jetzt geh ich mal kurz! Fünf Minuten mehr Luft holen! Wie wärs denn mit TikTok Universum? Was ist das? Was ist TikTok Universum? Wir wissen es tatsächlich nicht! Na in Universum schicken! Was soll denn dann passieren? Was soll da passieren? Was soll da passieren? Danke! Du zahlst dir 50 Cent für Lego, Star Wars und den Rest! Und dann? Ich hab aber nur noch... Nein! Wir machen das nicht! Guck ich mal live! Danke! Kommt rein! Oh ey! 34.000 Coins! Das Universum! Guck mal weiter an! Oh ey! Aber ich darf mich nicht verdecken, sonst sind wir gespeckt! Drei Palt! Meine Brüder sind pervers! 100 Pandas! Ich kann jetzt nicht laufen Leute! Chrissy ist nicht da! Oh die Pandas sind voll! Außerdem kriegt das hier eh keiner mit! Oh sie sind gewachsen! 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 Wer die Pandas ist voll sonst! Hä? Ich kann nicht tröten wegen dem Hypnostift! Warum denn? Wer sonst das ganze Ding vor dem Hypnostift ist! So? Ja! Wer die Pandas voll sonst! Nein das sind Menschen! Och nein! Ihr seid leise! Hübsche Mädchen! Genau Bilder für Instagram! Nein wir machen Videos! Hä? Ihr seid leise! Auf der Stanley wird das nochmal anziehen für das Video! Na! Das Kleid! Na klar! Och nein! Jungs wie alt seid ihr nochmal? Anne! Alles gut? Ich bin zwölf! Ciao! Schönes Wochenende! Ja! Morgen sind wir übrigens um 16 Uhr! Morgen ist es... Was? Die Teile! Morgen ist Samstag! Dann sind wir um 16 Uhr live! Um 16 Uhr nicht um 18 Uhr! Ich hasse euch so hart! Ich kann nichts! Komm mal in die Cam! Dahinten sieht man nichts Jenny! Hi! Hat man schon gesagt! Elf! Elf! Zwölf! Christi 33! Und ich 44! Ey! Aber das... Wenn man... Ich geb euch weniger, wenn dann ihr... Ausgefährdet! Ich sag euch! Wenn man... Wen... Wen ihr das wenigstens... Ähm hier sagen könnt! Das sagt ihr bitte den anderen auch nicht! Erstmal! Auch nicht in unserer Klasse! Danke! Guck ihn! Danke! Jetzt können wir uns im Spiegel angucken! Oh! Denkt dran! Morgen ist 16 Uhr! Nicht 18 Uhr! Samstags um 18 Uhr! Weiß ich! Der Spiegel war nur für dich! Stanley! Das ist doch... Wer ist der Spiegel? Den... Den... Ähm... Achso! Hab ich gar nicht gesehen jetzt! Nein! Machen wir nicht! Was machen wir nicht? Keine Ahnung! Achso! Keine Ahnung! Alles gut! So Leute! Wenigstens... Wenigstens ihr! Ich weiß wie... Ich weiß wie hier Max ist! Da kann auch echt... Ziggig werden! Dein Hund guckt den Live-Spielen an! Ist gut! Wir haben auch zwei Hunde! Die sitzen im Flur! Die liegen im Flur! In ihren Körbchen! Die zwei Fotos! Socken! Der Sandro hat mir grad geschrieben! Socken! Ja? Nein! Und zwar... Ich würde euch mal Belovers zuschicken lassen! Von mir! Für die Jungs! Der cool ist das! Der cool ist das! Der cool ist Sandro! Und hat mir Bilder geschickt von den Belovern! Cool! Er ist der DJ! Cool! Er würde aber auch für uns sonst Musik machen beim WhatsApp für uns! Echt? Das ist ja mal cool! Oh cool! Oh noch eine Schatztruhe! Gottlieb Berg! Danke für die Schatztruhe! Guck mal Christine! Oh sie sind gewachsen! Juhu! Oh sie sind gewachsen! Mama und ihr und den großen auch drin! Ja! Wir haben fünf Jungs! Fünf! 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 Dann wollen und lauen! Nein! Die Panthers bleiben! Nein! Die müssen raus! Wenn sie voll sind, sind sie voll! Wenn sie voll sind? Die müssen bleiben! Nein! Laufen laufen! Und wisst ihr was die Chrissy noch hat in Arizona? Was ist das für ein Schmack? 5 Beauty Face hat geschrieben, Louis hat einfach mehr als die Mama. Oh, ich brauche dieses Arizona Geschmack. 5 Beauty Face hat geschrieben, Louis hat einfach mehr als die Mama. Tja, dann ist das halt so. Stanley, Emilio, Luis, Miguel und Justin. Genau. Latina, Melissa. Super. Super. Arizona fester. Super. Schleon. Schleon. Danke, Cookie. Cookie, ich mache es live. Danke. Wie meinst du das? Wegen der Brüste. Dann ist das halt so. Steffi hat mir auch Videos geschickt. Die gucke ich mir dann an. Hup. 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 Nein, der kriegt keine Energie als Belohnung. Nein. Wer? Du trinkst mich irgendwie da. Ist das ganz rechts ein Junge? Ja. Mittlerweile nicht mehr. Ja, es ist ein Junge. Triniert an mir. Ach so. Wie alt sind die anderen? 16 und 13. Ist das gemeint? 16 und 13, genau. Danke. Danke, Latina. Danke, Melodin. Ja. Sind alle drei Meter. Sind alle drei Meter. Ganz genau. Jawoll. So ist es. So, Leute. Morgen auf jeden Fall um 16 Uhr seid dabei. Eben. Wäre cool, wenn es wieder so laufen würde. Danke. Wäre schön. So. Und da haben wir noch Essen machen müssen. Ja. Und natürlich auch noch ein bisschen Feierabend genießen wollen. Ja. Wünschen wir euch. Einen schönen Abend. Später eine gute Nacht. Danke. Seit morgen um 16 Uhr beim Live wieder dabei. 16 Uhr. Denkt dran. Und wir müssen noch Videos machen. Wir wollen noch Folgen tun. Was ist denn Lavinia? Also hoch die Hände auf die Hände bis morgen 16 Uhr. Hände hoch an die Hände. Leute. Wie geht das Lied? Wie geht das Lied? Wollt ihr euch den Arm versauen? Müsst ihr krisierter. Lass doch weiter euch da. Und auf die Hände. Schönen Abend. In diesem Sinne. Genau. Bis morgen 16 Uhr. Tschüss. Tschüss. Wir schreiben dann Mama. Tschau. Tschau. Tschau.